Ich begrüße Sie ganz herzlich in Kitzbühel, die legendärste Sportstadt der Alpen im Herzen der Alpen mit einer sehr interessanten Wetterwoche mit viel, viel Sonnenschein. Und wir blicken kurz zurück hier. Es war am vergangenen Wochenende strahlend sonnig und heiß. Dann kamen die Gewitter. Zu Wochenbeginn hat es vorübergehend geregnet. Dieser Regen zieht ab und dann haben wir von Mittwoch bis einschließlich zum Wochenende sehr angenehmes Hochsommerwetter mit Temperaturen im Schnitt bis zu 26 Grad. Jeweils vormittags und um die Mittagszeit scheint die Sonne. Dann bilden sich Schauer und Gewitter. Und bevor die Schauer und Gewitter kommen, haben wir die Mercedes-Benz Summer Experience. Sie können ausgewählte Routen nehmen oder eigene Routen und mit Mercedes-Benz sehr, sehr viele tolle Erlebnisse erleben oder auch in einen der zahlreichen Golfplätze gehen. Vier gibt es in Kitzbühel und 30 im Umkreis und außerdem viele, viele, viele Wanderwege. Aber nachmittags und abends tauchen immer mal wieder Schauer und Gewitter auf. Das wird jetzt kein Dauerregen geben, aber es gibt einfach mal eben einen kurzen Duscher. Dann ist gut. Die Luft wird leicht abgekühlt. Dann zieht das Gewitter ab. Die Luft ist wieder frisch und man kann draußen etwas unternehmen. Und während es die Gewitter gibt oder falls es ihnen zu warm und zu schwül wird, dann haben wir noch die Kupferplatte, der Schauberg hier im Jochberg. Da geht es runter ins Bergwerk. Achten Sie auf gute Kleidung. Hier unten drin hat es nur 9 Grad. Und wenn man da längere Zeit unterwegs ist, da wird einem recht frisch und da ist man froh, wenn man wieder draußen ist. Das Bergwetter passt auch. Jeweils vormittags und zur Mittagszeit bestens. Sehr gute Sicht. Man kann ganz weit schauen in einem der zahlreichen Wanderwege. Mehr als 1000 Kilometer Wanderwege gibt es hier in allen Stufen und Variationen für Kinder, ohne Kinder, für ganz normale, leichte Wanderungen oder auch für anspruchsvolle Strecken mit einer traumhaften Sicht. Nachmittags, wie gesagt, da besteht dann ein gewisses Schauer- und Gewitterrisiko, aber es kühlt dann eben nur kurz ab und danach kommt die Sonne zurück. Und wir sehen uns in Kitzbühel.